Ja, willkommen zurück bei Tom Pryor, die Chronik und Eidos. Es war wieder so klar, wer bitteschön soll darauf kommen. Wir waren mit der Hexe schon auf der richtigen Spur. So, was müssen wir machen? Ich sag's euch, die Hexe müssen sie gerade beobachten, bis sie da am Bildrand verschwindet und müssen dann das ganz schön hier sehen. Stoppen. Ja, gut, hat doch nicht geklappt, denn jetzt verfolgt uns die Hexe, weil wir gerade ihr Münstück geklaut haben und damit müssen wir jetzt ganz schnell hier hin. Ach, geschafft. Ich glaube, ich bin ein paar Jahre alt. und damit wäre die hexe erledigt die ist gerade auf so ziemlich bestialische art und weise von diesen komischen zwergen getötet worden dann machen sich die kleinen nervigen teufel letztendlich so jetzt können wir uns hier ganz nur umschauen und gucken was es denn hier gibt okay hier geht schon mal lang das ist cool und so kommen wir quasi in die mühle rein aber auf die idee erst mal zu kommen dass man die hexe die münze klauen muss da muss man jetzt mal kommen drauf ich meine ich habe da früher glaube ich auch sehr lange dran gerätselt bis ich rausfand ich muss ihr kostet aus goldstück so was muss man jetzt machen wir müssen bestimmt hier komische dingen aktivieren und dann passiert irgendwas so was passiert denn jetzt aha ok da hinten ist irgendwas passiert lasst uns erstmal den weg auskundschaften so lasst uns erstmal hier speichern und dann gucken was wir denn jetzt wie schnell machen müssen das heißt wir gehen erst mal den weg jetzt so hoch ab um zu gucken was wir machen müssen so können wir hier lang auch das ist neu das ist auf jeden fall neu das gibt es eigentlich erst in tombray auf der ps2 so richtig ja ausgedehnt okay und dann darunter und dann wäre es geschafft okay das muss alles sehr schnell gehen wie es aussieht ja ich würde sagen ist das kriegen wir hin okay zurückklappt das aber nicht nein da will ich nicht hin nein obwohl da unten ist bestimmt auch noch was interessantes aber ich will erst mal gucken dass ich hier das rätsel gebacken bekommen na guck erstmal lieber in die richtige richtung am besten bis zum anschlag na geht's nicht weiter na das durfte reichen langsam na komm halt dich fest na ist glaube ich schon verkackt oder weil du dich festhältst ja ist schon vorbei man mädel halt dich doch fest na jetzt kann man normal machen ich sehe die tür auch nicht das ist die scheiße es wäre viel leichter wenn ich die tür sehen würde es wäre viel leichter wenn ich die tür sehen würde ja es ist sowieso schon vorbei ja ich weiß oh man load obwohl ich will gerade mal was probieren gucken ob das klappt vielleicht können wir ein bisschen abkürzen und müssen da gar nicht irgendwie hochklittern es kostet sowieso nur zeit das könnte nämlich funktionieren und dreh und dreh und dreh ja komm das reicht es muss reichen ach gerade noch durchgekochen ja natürlich das auch noch so midi pack hat sich die sache jetzt jetzt gelandet war das gar nichts hä was soll denn jetzt der scheiß war das jetzt überhaupt nichts oder wat naja das kann nicht sein da muss halt gewesen sein ich war bestimmt nur wieder zu blöd und hab irgendwas übersehen okay das funktioniert langsam das ist schön ja natürlich habe ich das übersehen da oben nämlich wo ist aber denn wissen dass der vater hin zurück geht das scheint ein hebel zu sein gut was macht denn der okay der öffnet scheinbar moment was ist denn jetzt phase ja hat jetzt das wasser aufgehört sich zu bewegen oder was ist jetzt gerade passiert ich habe gerade keine ahnung das ist jetzt die mühle am stillstehen okay auf jeden fall hat der kamera nach draußen gewiesen auf die mühle zu das heißt da ist jetzt irgendetwas passiert okay dann würde ich sagen gehen wir einfach mal zur mühle zurück wenn die kamera uns schon dorthin weist dann tun wir doch mal gerade den gefallen und schwimmen einfach mal so ja hier ist natürlich immer noch zu oder hat sich gerade der strom verändert ich habe keine ahnung leute ich habe jetzt bloß die kamera gesehen und dachte mir okay irgendetwas ist jetzt passiert tja da gibt es nur eins gehen wir einmal zurück zur mühle anscheinbar einfach mal nach was sich denn jetzt getan hat was gar nichts hä ich verstehe es nicht ist hier etwas irgendwas offen nein hä hä was was ist denn jetzt passiert ich habe gerade keine ahnung was hier gerade passiert ist ich habe gerade keine ahnung was hier gerade passiert ist ich habe echt keine ahnung was hat sich jetzt hier verändert ich glaube hier steht der strom jetzt still kann das sein dass jetzt der strom hier still steht ja ja tatsache das hat sich getan der strom steht still hier ist keine strömung mehr ja 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 gut aber was hat das jetzt gebracht was hat das jetzt gebracht ich möchte nochmal zur mühle zurück vielleicht habe ich da irgendetwas zu versehen die dreht sich nicht mehr die mühle steht still ich würde sagen gehen wir nochmal rein ich will mich da noch ein bisschen näher umgucken ich hasse es wenn das passiert ja ja gehen wir nochmal rein in die höhle äh mühle auch mensch kamera gehen wir nicht auf den zweig ich kapiere gerade absolut nicht was hier gerade passiert sein soll da sind wir herkommen muss ich vielleicht weiter oben noch was machen die mühle ganz abstellen weil hat er sagt er wollte ja kein strom mehr der wollte ja absolut keinen wasserstrom mehr hm hm weiter hoch scheint es auch nicht zu gehen wo ist das da oben ich glaube da drüben geht es nicht weiter oder? ne kann man nicht durch vielleicht hier oben noch was interessantes hm also soweit sehe ich hier oben nichts interessantes da drüben kann man nicht hin da drüben kann man nicht hin ne das ist einfach nur ein Modell ja gut dann sind wir hier fertig in der mühle hm hm na jetzt bin ich gerade wieder am grübeln jetzt ist es wieder am rattern jetzt da war eine Cutscene da haben sie gesehen dass das Wasser irgendwie anders fließt hm aber was hat es jetzt gebracht es muss irgendwas gebracht haben die Frage ist jetzt nur was hat es gebracht hm 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 hier drüben vielleicht irgendwas Ah diese Rätsel ich kann ja auch nicht kriechen da ist auch nichts dass es sich lohnt zu kriechen Oder muss ich jetzt vielleicht noch ein Stück zurück im Bereich und um dort irgendwas zu machen Ich check das gerade mal Ne, noch weiter kann ich ja nicht zurück Geht ja nicht Boah, jetzt bin ich confused, Leute, jetzt bin ich wirklich confused Jetzt habe ich keine Ahnung mehr Es ist der zweite Part nacheinander, indem ich jetzt sagen kann Scheiße Bin schon wieder confused Ich blick da nicht durch Ich weiß nicht, was zu machen ist Was hat sich verändert? Aber ansonsten ist hier nicht viel passiert Muss ich mit der Tür irgendwas machen? Ne Macht's ja nix Hätte es nicht reichen können, in der Mühle irgendwas zu machen Müssen jetzt noch tausend Rätsel kommen Ach Mann Eine Scheiße Boah, ey, nee Was sagt denn die Zeit? Na Komm, wir machen hier einen Schnitt rein Das war's für heute von Tom Priority Chronik Ich habe gerade mal wieder Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll Habe ich noch die Kreide? Nein Nein Nein, habe ich nicht Gut Dann würde ich sagen, setze ich hier einen Schnitt rein Und ich muss schon wieder Checken, was zu machen ist Ich habe gerade wieder keinen Plan Gut Bis zum nächsten Mal Tschüss, Tickowski, Leute Tschüss, Tickowski, Leute Tschüss, Tickowski Tickowski, Leute Tschüss, Tickowski die nocht? Ich gehe gerne an инструмент